hallo und herzlich willkommen youtube bei rom romana krieger und robert ist mit dabei robert zobt eine neue episode und robert hat gute laune mit dabei ist heute noch der der hupensohn aka der fötzel und dann haben wir noch den krisigno der krisigno hat momentan nicht so gute laune weil er ist der grund warum ich so gut ja also mit 4031 und wie war das schlussspiel auch 31 auch 31 hat sich der robert schon mal warm gespielt ich komme jetzt hier nackt und unerfahren das spiel ich weiß gar nicht mehr wie die knöpfe geben ja l2 schießen alles klar ja habe ich wirklich so langes ding ja das ist natürlich direkt eine umgewöhnung hier langen dinge vom krieger kommt direkt mal druck auf den mann ganz anspätet hier spanisch wieder wie als gegen krisigno ja kein wunder wenn alle gepimpten schweiz da hier winsel winsel rapinsel ja ja ist das auch bin ich so arm ja dann mecker nicht nein das hat nichts mit mega zu tun das hat einfach nur mit tatsachen zu tun so wolle der leitner ach selbst mit gepimpten spielern kann der krieger nichts eben war es kann ich nicht schöner abfälter scheiße was ist denn da los im mittelfeld hier vom robert wieder den steil schicken schickt er die ballernahme da könnte ich ja schon wieder hinkrotzen aber ich wollte gerade bevor du nein okay brav wo jede jede der e3 jetzt wir 50 mann im strafraum nicht der fährmann der fies der fährmann schießt seine ecken und fahrschöße die kleine bohne gibt den ball an kirchhoff ab erbster jetzt bei mir die bohne und da lässt er eh immer einhören da wollte ich keine position freilassen da hin und außen da verletzt er sich den schädel der kirchhoff nein mann du kannst aber auch nicht jetzt steht der kirchhoff langsam auf da ist er wieder da so stark jetzt fehlt er hinten aber gut nein jetzt kommt der konter jetzt kommt der todes konter da ist er schießt die kirche rein da ist das die erste kirche und dafür salutierbar zack besten dank der commander besten dank links und rechts steht einer und beide denken sich 1 0 in der 21 aber robert tut noch nicht dafür hat er zu wenig chancen muss ich hinten mehr aufmachen wenn meine den ball mal vernünftig annehmen 18 hütten komm beiß 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 die will da nicht ein kopfball der von maschinen hier an jedes mal wenn ich passe ist bin ich nicht eigentlich vorbei eigentlich ich bin vorbei und dann passt er dann doch ja bamm boah alter ich kriegte einmal einen schuss weiße 500 kmh in den giebel ja giebel nicht aber schon mittig ja gut okay ein bisschen tiefer aber in die ecke die anbieter zurückgelegt und jetzt boah hör mal erste unrealistische szene ja nein schon wieder außen jawohl ach komm ey was hat er den in der hand der lässt den ball fallen oder was ja hat er sie um den maschinen dem lörist den ball aus der hand getreten was ist denn da los entweder der der lörist ist an den äh an den pfosten gekommen ne was ich mir aber direkt direkt 2-2 fick dich so nee aber ich glaube der ist irgendwie an den pfosten oder sowas gekommen weil der hatte den eigentlich nicht fest in der hand schon da war dein spieler dann eher noch dabei komm da fisch dich jetzt hat er ihn festgegangen das muss aber auch ja und wir haben uns auch schon was neues überlegt äh in bezug auf fifa und zwar werde ich das mit dem cusini auch mal machen wenn der mal wieder ein bisschen ein bisschen bessere daumen hat das ist immer halt dann kommen auch die die ungepimpten spieler mal zum zuge Moment erstmal muss ich hier kurz die Tour machen ja du darfst ihn du darfst ruhig zum Ball gehen David Lüß und zwar werden wir uns für was weiß ich ein paar paar Münzen was weiß ich vielleicht 5000 Punkte oder 10.000 Punkte im Team zusammenstellen und zwar innerhalb von der begrenzten Zeit innerhalb von 5 Minuten nein muss man sich ein Team zusammenstellen und mit dem muss man gegeneinander antreten klingt geil ja ne ja so oder man muss was weiß ich je nachdem wie die wie die Kohle locker ist wie die Münzen stehen sagt man okay man macht maximal sofort Preis maximal 10.000 und muss den ersten Spieler nehmen man darf nur die Position und die Formation auswählen und dann geht's los es ist wieder so abartig will die Spiele kann doch nicht sein wir müssen nur abtropfen lassen und dann gibt's Rabantz hier Schwanz nix ist so ein krasser Unterschied ich muss so laufen da hinten wie ist denn der Unterschied beschreib ihn mal ich bin beschissen hey Rev ja wat denn wie wat denn einfach abgefischt den Ball abgefischt von hinten vor allem ne oder Gummibine klar geht er ja ist er ja ist er jetzt lauf Schlampe lauf nein man Robert was denn prob ich prob nicht man ich geh doch mal rein doch jetzt Halbzeit 2-2 see you see you Hernandes Hernandes weucht so spielerisch naja recht ebenwürtig er ist hier nicht so ein Kindergarten wie mit dem Casino wir sehen ja mal was los ich sag doch noch nicht mal was mehr ich will das doch gar nicht ich bin doch lieb zu dir ja du bist trotzdem mal schuld in die ecke aber was soll ich machen nein der holst sich dafür wird so get sortiert nein bin ich sie und 3032 weißt du da gehe ich richtig hin ja richtig ja im grunde ja im grunde ja im grunde ja hallo wenn da so ein Pfund kommt so ein Pfund aus 50 Meter dot is schafft er das denn jetzt schon wieder nicht eigentor Philippe Santana Das kann er gut Wie viel Pech kann man haben? Ja, frag mich mal Sag mal Wie viel kann man haben, Grissino? Sag mal Ich muss mich nur einstellen hier Grissino, mach mal lieber die Xbox an und schau dir eine Packung ab Boah, geil gespielt Dafür wäre ein Tor eigentlich drin gewesen Verdient Ich kriege sogar gerade vom Computer hier auf die Fresse Ich werde jetzt nicht noch auf die Idee kommen die Fichte spielen Ja, Grissino tut die neue Folge bei Fresse Ey, das gibt's doch noch nicht Ja? Wie ist denn? Da steht der draußen, wie so wie der letzte Freier da Ja? Ja, so ein Pfosten hält schon mal das ein oder andere Ding fest Oh, der Ede Starke Baller in der Hand hier Zack Geh weg, geh weg So, mach mal an Das leck mich Geht vielleicht noch mal aus Antreten bei dem Ball Mach an da Ja, das ist so eine Verarsche Was denn? Und wie der Computer besiegt, oder? Was spielt's denn, Amateur? Legende Legende Klar Mann, ey, schon wieder Alu Vielleicht mal drei Gänge runter schrauben Hallo Von Robert Hallo Ja, wir haben mit dem Ultimate Team keine Probleme 4 zu 2 4 zu 2 Ist das super Momentan, ne? Ist das fertig Ist das fertig, ey Was kann ich denn noch machen? Nein Kript Ja, schlecht abgemacht Ja, die Ball, die war sehr gewaltig Aber wie heißt das so schön? In der Sexualität und im Fußball Nur Tore zählen Ja Ja Ach ja Hallo Freunde Komm, hast du Schon wieder Da bin ich durch Und dann spielt er tatsächlich wieder Ja Weißt du, wie ist das Marker da, wenn man mal braucht? Warte, warte, warte Was möchtest du uns sagen? Wie ist das Marker da, wenn man mal braucht? Wo ist denn der Schwanz? Ja Geil gespielt Geil gespielt Salut Da 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 So, nach echtem Stand steht jetzt 3-2 Nach echtem Stand Da hab ich ja eben 1-0 gewonnen Alter, das ist doch vollkommen übertrieben, ey Ja, oder, Krieger? Pure Tore zählen Ja, den kriegt er auch nicht rein Das ist der Fährmann Die alte Keule Ich drück doch schon schießen Was soll ich denn noch machen? Wer hat da ständig da irgendwie Berührt, dass der irgendwie vergessen hat, dass ich das gedrückt habe, oder was? Berührt Und rum Das ist mir ne traumhafte Folge hier, ey So, Agbon Mahoma hat er sich verkauft Da kann man doch nur aufregen Mal geht's mal Jetzt geht der Schwanz auch noch dazwischen, dieser scheiß Schiedsrichter Mann Früher, bei Pro Evo gab's ne R2 auf der R2-Taste Pro Evo Pro Evo Gab's doch bei FIFA Ey, das ist... Ich will ja so schlechte Zeit, ey Renn noch durch, Mann Spasti Ich hab schon die engen Mitspieler beleidigt Na, da, 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 da Was muss das für das Thuisteam doch herrlich sein, um hier von Achtemolge-Footballer-Juri Jetzt, bleibt um Robert spielt sich schwindelig Man kriegt die Wurbel nicht aufs Tor Einwurf Na ja, ist klar Achter So, 82.5-2 Das ist so unverdient, ne So, was gibt's denn hier Neues im Store? Da kann man sich ein paar Packs kaufen Oh Und da kommt er Das ist so lächerlich, das ist so überzogen Da belohnt sich der Ede noch mit einem 6-2 Das, äh, du hast wirklich Weißt du, ich dachte ich hätte Gerade gegen Cresigno, ich hätte irgendwie mit Fortuna gebunkst oder so Aber du, ja, du hast die ja wochenlang durchgenagelt von oben bis unten Und deshalb habe ich heute die 95 da als Säge Mein Gott Was du für ein Glück hast, dass du den Ball da behalten hast Dass du das Wort überhaupt noch in den Mund nimmst, ne Ja stimmt, das ist eigentlich eine klare Berechnung von mir Dir mal einen Ball zu geben Dich in Sicherheit zu wiegen Um dann den Konter auszuspielen Wie zum Beispiel jetzt hier, pass auf Jetzt denkst du, oh, schön, abseits Ja, da waren mehrere Körperteile mit denen man ein Tor schießen konnte Über der Abseits, ne Was? War mir nen Pilermann Wie du hörst? Wie du hörst? Zack, schön Jaaaa Da hab ich einen kleinen Fehler gemacht, Tschuldigung, tut mir leid Mann, schon wieder so was. Hab ich, hab ich. Jawohl, Herr Fehrmann. So ein Witz ist das. Hab ich. Das ist lächerlich. Ja, und da ist die Runde auch schon vorbei. 6-2. Besten Dank. Das 2-0 war ein Witz. Oder war das 2-0? Ja, dein zweites Tor war ein Witz. Das mit dem Pfosten da. Das Eigentor war ein Witz. Das ganze Spiel war ein Witz. Du bist ein Witz. Ja, und mit diesem Witz verabschieden wir uns. Ich bedanke mich tierisch beim Cresenio. Ich bedanke mich aber nicht bei dir, Spacken. Ich hab den hier fertig gemacht. Soll ich dir jetzt Glück wünschen, oder was? Ja, zum Beispiel. Einfach mal so sagen, fand ich gut, dass du dem Robert mal die Leviten gelesen hast, oder irgendwie sowas. Weck mich. Okay. Dann bedanke ich mich beim Füssel. Ja, gerne. Tschüssi. Und natürlich bei meinem Lieblingsgegner Robert. Ja, das war das Tutorial, wie wird man in 12 Minuten von der besten Laune auf eine beschissene Laune. Schaltet auch wieder das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, wie bekommt man wie bekommt man eine Scheißlaune. Echt, das gibt's gar nicht. Tschüss. Übrigens, die Jubel, die ich gemacht habe, die kann man sich unter im Store kaufen hier. Für diese Runden, diese Punkte da, wo ich 2710 habe. Microsoft Friends. Nee, nicht Microsoft Friends. Ja, diese FIFA. FIFA-Punkte da. Nee, auch nicht die FIFA-Punkte. E-A-F-C. E-A-F-C. Genau, E-A-F-C genutzt. Tschüss. E-A-F-C.